So was geht ab Leute. So was geht ab Leute. So was geht und so. Willkommen zu kleinen. Live kommt hier in Break of 2 auf mein zweiter Profil. Ich werde auch snipen hier mit meiner Diamond Sniper. Ich habe auch die Cyborg-Darnung. Wenn ihr Sniper-Tipps haben wollt könnt ihr mich gerne hier fragen. Am besten die Klasse machen. Also wenn man vielen will. Am besten Magazinerweiterung wenn man normal spielen wie also so Sniper lernen und sowas nimmt man sich am besten Ding. Schnelles Magazin, Ballistikprozessor und dann. Also ich spiele Ballistikprozessor und Magazinerweiterung weil ich vielen will. Also so Clips machen weil wenn ich 200 Abos erreicht habe dann kommt eine fette Montage. So 5-6-7 Minuten oder so. Ich probiere mal hier gleich. Und Taktikensche natürlich mit mir. Ich sterbe immer so dumm. Taktikensche gelegt. Den Quickscopen. So sowas sag ich mal wieder mal gar nicht. Alter. Kleine Bitter die denken ja. Ja ganz cool. Ja. Oh hier Taktikenschein. Hier ist die beste Pose für den Taktikenschein. Die beste Mann. Double. Und man stirbt natürlich wenn der Wichser da kommt man. Was macht der Typ weiter. Oh ja. Halskopf in die Fresse. Man. Noob. Röge Typen haben richtig fetten Halskopf. Fail. Ich verstehe nicht. Wieso der nicht drauf war aber. Ja. Hauptsache ich. Go spielen. Ich bin grad keine Ahnung. Ich bin grad komplett draußen als Sniper alter. Alter. Alter bin ich wieder. Was auf das. ich bin grad hier. Ich bin grad dran. Was sind die Bestodles? Sp ecke. Es ist so ein uhr und so ein holen ich fick euch bitte alter wieder hier hin sind die man wo sind die dicker ich schwöre so ich habe eine dsr ich habe eine dsr die hittet sogar bei mir an ich kann einfach nicht reden und dabei quickscopen das geht aha weg die niger jamschotter unterwegs wieder bist du schlecht cias wo 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 sind die man ich spawn auf der anderen Seite Meine Presse, Mann, ich spawnen wir hier und die anderen auf der anderen Seite. Das hasse. Die andere Seite ist ein bisschen scheiße. Der war nice. Bam, mega wallbang. Nice. Fuck, ich fölge ihn schon wieder an. Antackeler habe ich schon mal. Dann kommt so eine deutsche, deutsche ist Mistig und dann geht es nicht. Gucken wir an. Hoffentlich gefällt euch so Live-Kommage der Wii. Alter, was macht der mit der Dragonfire, Digger? Der war schön, der war richtig schön. Mein Gott, ey. 30, 17 in einer Runde kann man lassen mit Sniper. Also bei Sniper verreckt man richtig viel, wenn man voll durchwascht. Hoffentlich gefällt euch so Live-Kommage zu machen. Ja, mit Sniper, weil Sniper ist einfach nur das Beste. Die sind schon scheiße, wenn du von einem Sniper geharscopiert bist. Aber wenn du von einem Sniper geharscopiert bist, einfach, das ist nicht schlimm, wenn man es kann, kann man es halt. Da regt mich auch nicht auf, wenn ich kurz nicht mehr quickscope. Außer wenn es lacht. Aha. Quickscope. Quickscope. Shit, shit, shit. Quickscope. Jetzt habe ich kurz nicht auf die Karte geguckt und dann kommt ja schon der Wichser. Ähm, jetzt habe ich die so Wichser. Das ist so unlogisches Game. Die Fresse, Nigga. Uh. Der erste war eigentlich schon drauf, aber... Spawnte keiner. Schluss. Deckt dich. Sorry, wenn ich manchmal so ruhig bin, aber da muss ich mich konzentrieren, wenn ein Gegner da steht oder so. Was ist sonst? Treffe ich nicht. Dann ist scheiße. Wow, der war nice. Wow, der war auch nice. Wow, der war auch nice. Die waren richtig nice, Mann. Ich bin nur seine, ich bin für die Ordnung. Die Sniper, Nigga. Kann man lassen. Am besten nach so gegen Bots üben oder so snipen. Also lernt man es am besten. Ich snipe ja seit NB2-Zeiten und deswegen ja zwei Gegner. Deswegen bin ich hier auch so gut. Ich will jetzt nicht angeben oder so, gibt es sicher bessere oder so, aber ich kann es schon gut. Oh mein Gott, was hat der Typ mir für den Hardscope gegeben. Den Punkt vier habe ich mir einen Diamant-Sniper als Spiel, weil mir langweilig war. Spannend. jetzt ein paar neue drin hinter mir ist einer gespawnt hier ist auch einer gespawnt klaut er mit den Gelder bitte mal wieder klar dass ich so dumm sterben muss das ist das da ähm hier von hinten da kann man lassen 49 22 kann man lassen hoffentlich war das Sound nicht so laut aber ich denke nicht mal guck dir mein geilen Quickscope Boom yeah yeah okay dann verabschiede ich nochmal von euch ja dann bis zum nächsten Live Kommentar würde so tschaußen Leute ein like und so wäre cool jo